Was, du kannst doch einfach eine Untersuchung von jemandem joinen, der die rosa Raphion schon hat, dann hat sie automatisch beim ersten... Echt? Stimmt! Ja, da hätte ich vorher drauf denken müssen, ne? Ja, egal, komm. Das ist aber ein guter Tipp, Dave. Dankeschön. Er muss aber in derselben Sitzung sein. Ja, hm. Da müsste ich jetzt halt irgendwie spontan jemanden finden, der in derselben Sitzung ist und das schon hat. Zum Beispiel Alexandra, glaube ich, ne? Aber ich weiß nicht, ob der gerade aktiv da ist. So, einmal lohnlich für mich. Oh Gott, ey, ne, warte. Habe ich hier oben das Camp schon? Blablabla, nee. Ich habe das Camp hier, das Nordöstliche. Aber das obere habe ich mir jetzt immer noch nicht freigespielt. Kann das sein? Oder doch? Nordösten? Ne, das ist immer dasselbe hier. Was ist jetzt los? Achso, die kleinen Viecher hier, komm. Man muss eine Untersuchung sein, dass sonst dann jeder Jägerrang zu niedrig ist bei der optionalen Quest. Ja, klar, das... Ich meine, ich habe das Grundspiel auf der Playstation... Zur Info, ich habe das Grundspiel auf der Playstation schon mal durchgespielt. Weil ich rushe jetzt hier quasi nur durch für, äh, damit ich nach Eisbahn komme, weil ich habe es mir jetzt am PC nochmal neu gekauft. Weil es auch im Angebot war und ich mich mit der Capture Card nicht herumschlagen wollte zum Streamen. Deswegen habe ich es mir jetzt einfach am PC geholt und muss jetzt eben bis Eisbahn durchrushen. So, so, also bis nachher muss ich noch einkaufen und komme dann am PC on. Ja, alles klar, viel Spaß beim Einkaufen. Brauchst Hilfe? Kann dich da ja etwas... Naja, theoretisch, was du machen könntest, ist mir die Pink Raphia nebengeben, damit ich die habe. Aber wirklich durchziehen ist jetzt nicht notwendig, weil ich mache eh sowieso jedes Monster-First-Race. Wird halt eventuell schneller gehen, weil du eine stärkere Waffe hast, aber... Das Ziel ist eigentlich nur... Ja, eigentlich ist das Ziel nur eben nach Eisbahn zu kommen. Kann mir mal wer erklären, wieso die Alte nichts unter ihrem Wappenrock trägt, außer einer verdammten Unterhose? Damit frische Luft reinkommt. Genau. So. Schau mal, ob ich ein... Ja, das ist eine Frau. Was ich da spiele. Wie du. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Das kann ich ja nicht wissen. Also damit jeder schönen Thunfischer riechen kann, oder was? Ach, guck an, wie wir da haben. Bratelos. Aber dich wollte ich nicht. Bratelos schuppen. Ein Kräutchen. Wo ging es denn dann nochmal bergauf? Hier irgendwo, ne? Deswegen läuft ja die Katze hinterher. Ja, genau das ist der Grund. Deswegen läuft ja die Katze hinterher. Okay, aber warte mal, kann ich in der Quest überhaupt die Pink Raphion finden? Spawnt die in dem Gebiet überhaupt? Wer ist denn? Ist das auch der Rathalos? Hi. Wer bist du? Das war jetzt Rathalos, oder? Ich glaube, ich musste in der Wüste. Ja, ich glaube nämlich langsam auch. Dann brechen wir die Quest ab. Im späteren Spielverlauf gibt es schönere Rüstungen, die die weiblichen Rundungen mehr betonen, als das. Okay. Ich mag deinen Arsch. Hab den rosa Raphion. Okay, warte. Dann machen wir es so, dann, ähm... Gehe ich zum Titelspielschirm. Also, warte, den muss ich ja gar nicht. Am Questboard kann ich mein eigenes Ding eröffnen, ne? Dann poste ich dir gleich mal, äh, meine Sitzungs-ID. Warte kurz. Ne, ich poste es einfach im Stream, du. Muss ich dir gar nicht flüstern. Blub. So. Online-Sitzung, äh, erstellen. Beliebig, äh, privat. Nur Sitzungs-ID, genau. Genau. So, Sitzungs-ID kopieren. Bitteschön. Das dürfte meine Sitzungs-ID sein. Schauen wir mal, ob du reinkommst. Ob das jetzt gefixt ist mit den Connectivity-Issues. Ich sag dir das ja immer wieder, dass das gut wäre. Du willst ja nie. Habst du uns auch eine Pink-Raffin als Untersuchung, falls es nicht klappt bei euch? Okay, alles. Dave ist der Online-Sitzung beigetreten. Eigentlich könntest du theoretisch auch noch mit, wenn du Lust hast. Dann boxen wir uns hier schnell durch, äh, äh, durch den High-Rank durch, damit wir bei Eisbahn sind. Also, wenn du Lust drauf hast, können wir das machen. Sitzungs-ID steht ja da. Kannst du jederzeit joinen. Wenn du willst. Währenddessen rede ich hier einfach mal mit dem Typen. Ich will mir das Lager ja eigentlich auch noch freischalten, ne? Weißt du's offen? Okay. Ich komm gleich rein, Sekündchen. Wenn es diesmal klappt, dann gern. Ja, müssen wir, wär halt gut zum Ausprobieren auch, ne? Ah, Verteidiger-Talisman. Siehst du? Den, äh, rüste ich mal eben aus. So, warte, wie komm ich nochmal in meine Ausrüstung rein? Jesus Christ. Ausrüstung? Nee. 200 Ruhe, glaube ich, ne? Da kommt man das. Alex Frost ist der Sitzung beigetreten. Ausrüstung ändern, ganz genau. So, und hier hätten wir den Verteidiger-Talisman. Bringt mal Verteidigungs-Boost. So, Quest beitreten. Ähm, verfügbare Quests, Untersuchungen, Raphion. Genau. Welches Lager ist da denn das Beste? Das ist da oben, oder? Glaub ich. Oder wo spawnt sie denn? Ich glaub, da oben. Eins ist besser. Ah, komm. Ja, dann fliege ich gleich hin. Warte, ich guck hier noch ganz kurz wegen dem Lager, ob ich mir das selbst freispringen. Das müsste eigentlich hier gehen, ne? Lieferungen. Ah, genau. Da sind sie. Da wartet. Platz für die Ernte, das hätte ich ganz gern. Lageraufbau, das hätte ich auch ganz gern. Lageraufbau hätte ich auch ganz gern. Eine große Hilfe. Was? Einen Mega brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Gut. Alex Faust ist auch dabei. Also, ich bin bereits im Aufbruch. Und können wir los. Dann kann ich eben noch zu eins sehen, weil jetzt bin ich ja bei... äh, drei, glaub ich. So, ich esse hier aber doch mal ganz kurz was, weil ich's kann. Shit, kannst du Sichtkontakt liefen? Echt? Hab ich umsonst gegessen. Jesus Christ. Äh, da will ich ja. Ein Monster entdeckt. Ich bin gleich da. Zum Königchen. Erstmal, erstmal schön die Kerbe kaufen, ne? So. Das heißt, jetzt kann ich rausgehen. Wir könnten sie theoretisch aber auch einfach töten, ne? Weil so lustig ist. Wir quälen gerne Tiere. So, ich... Ich setz dir gleich einen Vulnerability-Marg ins Gesicht. So. Hat sie? Und ich sollte mich eigentlich noch bachen. So ein Ohrstöpsel hätte ich ganz gerne. Genau deswegen. Oh shit, da bin ich vergiftet. Oh, Beetlejuice. No, no, no. Ich seh nix. Oh lol, nice. Beautiful. Farming Latalos Extreme, aren't we? Ejo. Ja, das Problem war jetzt einfach, ich hab nix gesehen. Konnt nicht weg. Das war mein Problem gerade. Sloppy. So, ich versuche hier nochmal eben zu buffen. Ich hoffe, ihr seid in Range. Ja, toll. Großartig. Ja, ich spiele einen weiblichen Charakter. Genau. Ja, der Beetlejuice ist ja ziemlich bescheiden, ne? Ja, die mag ich hier absolut gar nicht. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg, ne? Ah, dieses Ver- Manetäte-Gift. Und jetzt drücke ich wieder die falsche Taste. Ah, beautiful. Beautiful. So, komm her. Und weg ist es. Ich meine, ich liebe... Ja, was? Ich liebe... Ja, was? Ja? Ja, war aber die... Japaner, was? Ja, war? Aber die Stimme passt, ne? Zumindest nicht zum Outfit. Also, Japanese-Voice-Acting. Okay. Jetzt sind schon wieder die beiden hier. Ich hasse es. Ich hasse Beetlejuice. Mit einer brennenden Leidenschaft hasse ich hier. Toll. Direkt runtergeschmissen. Ist die rot? Und wieder runtergekickt von Beetlejuice. Dankeschön. Toll, jetzt bin ich gestunnt auch noch. Hallo. Spiel. Dankeschön. Er hat keine Dungbomben dabei für den Depp mir. Ich hasse ihn. Macht euch doch einfach gegenseitig fertig, Mädels. Ich glaube, er haut ab. Ah, schade hat nicht gereicht. Jetzt verdrücke ich mich hier. Echt? Weil ich jetzt schon die andere Steuerung gewohnt bin. Ah, das ist eine Kerbe. Nehme ich mit. Ernsthaft? Das ist ein Kack. Ah, ich hab's bekommen. Okay. Täglicher Fisch. Er soll aber zumindest wieder meinen Self-Buff brauchen. Weil ich den wieder hab. So. Fängt die jetzt hier wieder? Aber jetzt machen sie schon wieder wirklich Damage. Als wäre es eigentlich eventuell sogar gar nicht verkehrt, mal langsam die Rüstung upgraden zu können. Fängst du sie? Ja, fängt sie. Okay. So, das ist wahrscheinlich der Beetlejuice. Die Forschung hier. Ja, stimmt. Spar Zeit. Gibt auch mehr Mats. Also. Ist schon sinnvoll, ja. Was haben wir denn bekommen, Schönes? Ah, nur Schuppen. Keine Platte. Schau. Und was ist da? Stachel. Hui. Gut. Hatte jetzt fast nichts dabei, weil ich vorher was anderes gefarmt hab und hab ne falsche Waffe mitgenommen. So, warte mal. Jetzt gibt's sicher die Quest mit der Raph, den töten, oder? Sprich mit dem Kommandanten. Dann kann ich eigentlich meine Waffen, äh, meine, 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 meine Rüstung wieder upgraden. Das müsste ja eigentlich auch irgendwann mal gehen. Das bin High-Rank jetzt dann. Oder? Das guck ich jetzt noch eben, ob das jetzt schon geht. Oder wann das geht. Na, der hat, der hat einen, der hat einen Ausruf jetzt eigentlich auf jeden Fall, hier. Die auch. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Da bekommen wir wieder die ganzen unnötigen Kack-Nebenquests hier, ne? Ja, ist ja gut. Meine Güte, wie viele Quests hast du denn, Mädel, hier? Endlos. Ausrüstung verbessern kann ich noch nicht. Schade. Ja, gut. Alle annehmen. Eine Gildenkarte. Gildenkarte annehmen. So. Gut, dann nehmen wir mal die Quest an, hier. Ah, hier. Fast Augments. Wieso ist das jetzt eine Einser-Quest? Hä? Wir haben eigentlich die Quelle dieser Geheimnis von Spuren ausgemacht, blablabla. Achso, da könnt ihr erst joinen, wenn ich, äh, wenn ich schon, äh... Ja. 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 Vielen Dank.